So, wir befinden uns jetzt hier im Inneren der Mondaine Manufakturen von Solotor. Und wir sind heute hier, um die Manufaktur zu besichtigen. Um zu schauen, wie die Uhren hier in der Schweiz hergestellt werden. Plus, natürlich hat Mondaine auch im Jahr 2019 eine wunderschöne Essenz-Kollektion ausgebracht. Für die von euch, die die Essenz-Kollektion noch nicht kennen, das ist die Kollektion von Mondaine, die mit erneuerbaren und recycelten Materialien hergestellt wird, um die Marken nachhaltiger zu machen. Und wie das genau aussieht, wie die genau hergestellt werden und was das bei der neuen Kollektion eben neu ist, das sehen wir heute im Video. Jetzt ist es Zeit, dass wir zu den Gruppen reingehen, damit die Führung anfangen kann und wir alles wissen wollen. Wir machen weiter. Die Mondaine setzt sich nicht nur dafür ein, dass ihre Uhren nachhaltiger werden, dass ihr Produkt und ihre Produktion nachhaltiger wird, sondern sie arbeiten auch mit Aushängeschildern zusammen, die sich ebenfalls für die Nachhaltigkeit einsetzen. Eine davon ist Anina. Du hast eine Online-Plattform, die sich für nachhaltige Themen einsetzt. Und du bist Sustainability Warrior. Ich liebe diesen Begriff. Anina, was bedeutet dir die Nachhaltigkeit? Das ist eine grosse Frage. Nachhaltigkeit in diesem Sinne ist mein Bewusstsein, dass ich nicht so weitermachen kann, wie bis anhin. Und dass ich für mich gemerkt habe, ich möchte etwas machen. Ich möchte nicht Teil davon sein, von dem Part der Menschheit, der den Planeten in Ruin treibt, sondern ich möchte auf der anderen Seite sein und sagen, ich habe wenigstens versucht. Was sagst du den Menschen, die das Gefühl haben, wenn ich jetzt nachhaltig sein möchte, dann muss ich eigentlich alles aufgeben und kann mein Leben, meinen Job nicht mehr so ausführen. Und haben die Angst davon, dass sie sich damit committet. Was sagst du den Menschen? Den Menschen sage ich immer, dass ich finde, alles ist besser als nichts. Weil ich kenne das selber an mir. Ich bin nicht perfekt. Das ist auch nicht das, was ich anstrebe. Ich weiss, dass es perfekt sein in dem Sinne gar nicht möglich ist in der Nachhaltigkeit. Das ist so ein komplexes Thema. Das heisst, ich sage immer, lieber mit Baby-Steps anfangen und etwas Kleines machen ist besser als gar nicht. Money rules the world. Das ändert sich auch bei der Nachhaltigkeit nicht. Aber wenn man als Konsument selber klare Zeichen setzt, wo man sozusagen mit dem eigenen Geld votet, dann kommt das auch in der Industrie an. Und dann kommt auch die Antwort bald mal nicht Produkte zurück. Together we are the change. Yes! Alina, danke für deine Zeit. Danke dir. Schön, dass du stark bist. Und natürlich weiterhin ganz viel Erfolg auf deinem Weg als Sustainability Warrior. Hoffentlich schliesst es sich ganz viel dir an. Wir sind die Solarzellen. Die ganze Zeit, die wir auf der grunischen Solarzelle sind. Und es ist unglaublich, dass die Nachhaltigkeit in der Schweiz so zusammen machen können. Jetzt sind wir da mit einem der Menschen, die verantwortlich ist für die Bewegung der Sustainability. Und zwar mit dem mondänen Mitinhaber André Bernheim. Bist du da viel Widerstand gestossen, um die ganzen Bewegungen zu machen? Wieso leidet das am Herzen, dass es mondäne nachhaltiger wird? Es ist nicht für unsere neue Bewegung. Wir haben eigentlich, bevor das Ganze irgendwie so ein bisschen populär geworden ist, oder einfach in jedem Monday, haben wir schon in den 80ern, 90ern nachgelangen, durch meinen Bruder vor allem gesteuert, überlegen, was ist richtig? Was können wir besser machen? Was ist eure Message an andere, kleinere Betriebe, die sich noch hinter dem verstecken? Ja, wir können nicht, wir sind ja zu klein, wir machen ja eh keinen impact. Wir wollen als Uhrenmorgern auch nicht die Welt verbessern. Wir wollen nicht missionieren. Wir wollen das Vorleben. André, danke dir vielmals, dass du einen positive Change machst, und hoffentlich immer weiter so. Ein kleiner Schritt. Danke dir. Mein Besuch bei Moden mit neigt sich am Ende zu, aber ich gehe natürlich nicht von da ohne eine wunderschöne Souvenir, nämlich eine wunderschöne Gruppe für eine neue Essenskollektion. Ich möchte mich mega viel Spaß betreiben und als konstante Erinnerung im Alltag, dass man wirklich Step-by-Step Sachen mit Nachhaltigkeit machen kann, und dass es ein gemeinsamer Effort ist von uns als Konsumenten, als Kunden, aber auch von den Marken, die sich in die Richtung bewegt, wo ich mitnehmen nachhaltiger mache, und wir zusammen miteinander können zu beitragen, dass man eine nachhaltige in der Schweiz hat, und eine nachhaltige Form.